Hi Folks! Das Flammenhemd sitzt, der DeLorean ist startklar und das heißt natürlich nichts anderes, als dass es mal wieder zurück geht. Zurück in Bernys 90er. Und heute gibt es eine relativ spezielle Folge, würde ich einfach mal so sagen. Denn wir feiern heute zusammen Geburtstag. Den Geburtstag von Werner. Na, Werner alter Wichser? Nee, den meine ich nicht. Ich meine den hier. Bennet, was ist mit euch los? Und da möchte ich einfach mal mit euch ein bisschen drüber quatschen. Wenn ihr Bock habt, gleich nach dem Intro geht's direkt los. Ich geh nicht mit in diese geilen Zeit, der DeLorean steht bereit. Der erste Werner-Comic, Werner oder was, erschien 1981 und auch ich wurde 1981 geboren, hab aber nicht wirklich viel mit Comics am Hut. Und ja, sowohl Werner als auch ich feiern dieses Jahr 40. Geburtstag. Und ich dachte mir, das ist doch mal ein Grund, um über diesen Werner-Kult, denn für mich ist Werner absoluter Kult, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Und deswegen dachte ich mir, ja, das ist doch einfach mal ein Grund, um über diesen Werner-Kult zu sprechen. Und ich möchte so machen, wie ich es immer mache. Ich möchte am Anfang einfach mal ein paar Fakten zum Werner-Franchise, möchte ich es mal nennen, raushauen. Und zwar ist Werner tatsächlich eine autobiografisch gefärbte Figur. Das heißt, so verstehe ich das zumindestens, dass nicht alles, was man in den Comics und in den Filmen sieht, hundertprozentig so passiert ist. Aber da ist doch schon auf jeden Fall was dran. Und deswegen, das finde ich eigentlich schon immer ganz cool, wenn das auch so ein bisschen authentisch ist. Diese autobiografisch gefärbte Figur basiert sowohl auf Brösels eigenem Leben, also das ist ja der Erfinder von Werner, als auch auf dem seines Bruders Andi Feldmann. Der war Installateur-Lehrling in Flensburg bei Meister Schurig. Schurig, Röhrig, wenn es da nicht mal irgendwelche Verbindungen gibt. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Und ja, die Geschichten, die handeln von Erfahrungen halt als Installateur-Lehrling, vom Motorradfahren, von irgendwelchen Trinkgelagen und von allen möglichen anderen Exzessen. Ich sprach ihn ja gerade schon an, den guten Meister Walter Röhrig, einer der wohl bekanntesten Figuren in diesem Werner-Franchise. Unter anderem dann natürlich noch mit dem Gesellen Eckart, da gibt es dann noch den Architekten Hübenbecker, den Präsi, das ist dieser total cholerische Chef bzw. Präsident von dem Motorradclub MC-Klappstuhl. Vornamen mit Dieter, Spitznamen mit Dietze. Und dann haben wir natürlich hier noch den Sex- und Profitsüchtigen Baulöwen Günzelsen. Ich muss, ich weiß gar nicht, war der überhaupt im ersten Teil schon dabei? Weiß ich gerade, ehrlich gesagt, gar nicht. Jedenfalls entstanden seit 1990 insgesamt fünf Werner-Verfilmungen. 1990 gab es Werner Beinhardt. Da war ich tatsächlich damals sogar mit meiner Oma und mit meiner Patentante im Kino. Das habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Das war auf jeden Fall richtig cool. Wo ich nur ein bisschen angepisst war, dass ich noch keinen Bölkstoff trinken durfte. 1981 bin ich geboren, 1990, wer rechnen kann, der weiß, da war ich auf jeden Fall noch nicht alt genug, um Bier zu trinken. Was eigentlich ziemlich schade war, denn ich war ziemlich scharf auf diesen Bölkstoff, den es dann da im Kino zu kaufen gab. Aber ich durfte nicht. Ja, schade. Dann gab es 1996 Werner, das muss kesseln. 1999 Werner, volles Ruhe. 2003 war, gekotzt wird später. Und 2011 war Werner eiskalm. Im Großen und Ganzen, das kann ich so schon mal sagen, waren die alle irgendwie, ja, okay. Mit Sicherheit hatten die alle ihre Daseinsberechtigung und waren hier und da mit Sicherheit auch lustig. Aber eins muss man ja wohl an dieser Stelle schon mal ganz klar festhalten. Werner Beinhardt, 1990 war irgendwie absolut der Beste. Das sagt man ja oft, wenn es mehrere Teile von einem bestimmten Franchise gibt. Aber für mich geht einfach über Werner Beinhardt nichts drüber. Das ist der absolut pure Werner Kult und wir kommen da gleich auch noch ein bisschen näher drauf zu sprechen, was genau daran so kultig war oder was ich daran so kultig fand. Vorweg möchte ich aber noch ganz kurz erzählen, dass es tatsächlich fünf Computerspiele vom Werner Franchise gibt. Das war mir bis jetzt auch neu und die wurden tatsächlich im Zeitraum von 1986 bis 2007 auf den Markt gebracht. Kennt ihr irgendeins davon oder habt es vielleicht sogar selber gespielt? Dann schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare, das würde mich ja echt mal interessieren. Da bin ich jetzt mal richtig neugierig, ob es jemand von euch da draußen gibt, der davon mal eins gezockt hat. Dann wurden die Songs der Filme von relativ bekannten Bands und auch Interpreten eingespielt. Unter anderem Farin Urlaub und Bela B. und Torfrock und dann gab es dann noch etliche andere, aber das sind wohl so die bekanntesten. Werner Beinhardt, ich habe das eben gerade schon so kurz angedeutet, hat uns damals geprägt. Es war kultig und hat uns wirklich damals unfassbar krass geprägt. Alleine schon der Anfang mit diesem Fußballspiel. Moin Moin liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu Werners Sportstudio direkt und live aus dem Kieler Zwietrachtstadion. Leute, dieses Werner Fußballspiel, ich liebe es, ich liebe es einfach. Und wenn man, das haben wir tatsächlich damals uns öfters mal überlegt oder haben uns da mal drüber Gedanken gemacht, wenn man das, dieses Fußballspiel einfach mal in die Realität gebracht hätte, wenn man sich das einfach mal vorstellt, dass man da irgendwie oben in so einer Dachgeschosswohnung die Fenster aufmacht, ne? Einen Ball nimmt und dann einfach mal da auf dem Marktplatz pfeffert. Ich fand es einfach, ich finde es einfach immer noch genial. Die Idee alleine ist wirklich, ja, ist unfassbar krass. Gewaltschuss von Hüttemberg über den ganzen Platz und Achtung, Tor! Tor! Naja, aber gut, das Fußballspiel, das hat uns jetzt nicht wirklich irgendwie geprägt. Da ist ja nicht groß was passiert, also wir haben das nicht nachgemacht oder so. Was wir aber tatsächlich nachgemacht haben und ich kann nur jedem raten, lasst es sein, lasst die Finger davon, ist nicht geil. Aber wir wollten unbedingt mal Zuckerei machen. Bescheid, oder? Ganz ehrlich, wir haben tatsächlich damals wirklich Zuckerei gemacht und es war so dumm, es war so eklig und es war so dämlich und bah! Kannst du dir echt nicht vorstellen, sowas. Was wohl, glaube ich, am prägendsten war, in den ganzen Filmen, in den ganzen Werner-Beinhard-Filmen, sind, glaube ich, einfach zwei Worte. Ja, ja! So, was heißt hier Ja, ja? Ja, ja heißt, leck mich am Arsch! Ich glaube, das hat sich bis heute immer noch durchgesetzt und ich feiere das, dass das so damals auch unfassbar krass in den Alltag mit eingeflossen ist, ist dieses Ja, ja. Ja, ja heißt, leck mich am Arsch. Wie oft, das hat sich doch total eingeprägt. Das ist doch eigentlich schon überhaupt nicht mehr wegzudenken gewesen damals. Wenn nach dem Werner-Film irgendjemand so gesagt hat, Ja, ja, es gab niemanden, der dann nicht gesagt hat, Ja, ja, heißt, leck mich am Arsch! Ohne Witz! Das gab's doch niemanden, oder? Ich finde das immer noch cool, ich feiere das, dass sich das halt einfach so in den Sprachgebrauch mit eingefügt hat. Finde ich super geil. Einfach mega. Wie unter anderem natürlich auch eine unfassbar geile Szene war... Das hat sich so reingebohrt, das hat sich so eingeprägt und das finde ich einfach super. Ich finde das einfach richtig, super richtig kultig. Äh, genauso wie mit dem, äh, die, die Szene, die auch einfach geil war, die Wurstblinker-Szene beim TÜV. Jetzt möchte, jetzt möchte, Wurstblinker, du Humbug, hau dich ab, Mann! Ne? Also, ich, ich finde Werner Beinhardt, den kann man sich immer und immer wieder angucken. Und ich weiß auch nicht, wie oft ich den mittlerweile schon gesehen habe, ähm, aber es sind halt einfach so, so unfassbar viele gute Szenen da drin, wo ich mich immer noch halt einfach drüber amüsieren kann. Genauso wie zum Beispiel auch die, die, äh, Kloüberschwemmung. Sag mal, redet ihr nicht mehr mit dir? Ey, komm! Kannst du mal gucken, ich hab da irgendwas am Kopf? Und durchs ganze Haus und er dann da mit der Toilette auf dem Kopf runterfliegt und wieder hochgeht und dann nochmal runterfliegt, können die mich immer wieder drüber kaputt lachen. Feier ich einfach immer noch total. Genauso wie zum Meshspiel auch irgendwie, anstatt Prost zu sagen, hau weg die Scheiße. Wie oft man das dann auch irgendwie, wo man dann später in den Alter war, auch wenn es schon ein bisschen zurückgelegen hat, ähm, aber trotzdem war das eigentlich einfach genauso wie dieses, ja, ja, leck mich am Arsch, oder ja, er heißt, leck mich am Arsch, hatte sich das einfach so in den, äh, Sprachgebrauch irgendwie mit eingefügt. Voll geil. Voll, ne, voll mega. Echt. Richtig gut. Dann gab es ja noch die Szene unter anderem da auf dem Baum mit dem Helm, mit diesem Mini-Helm, ne, ich hab euch gesagt, ihr sollt Helm getragen und dann, pupp, erst mal schön, äh, den Flasserstein in die Fresse. Ach, herrlich. Wunderschön, sich daran, äh, nochmal zu erinnern. Ähm, finde ich einfach gut. Ich finde es, äh, einfach gut. Es gibt wahrscheinlich vielleicht auch viele da draußen, die, äh, mit diesem Fäkalhumor irgendwie gar nichts anfangen können oder anfangen konnten. Ich kann nur sagen, ich hab immer gut gelacht. Ich finde es heute einfach noch, äh, super, super geil. Und es ist ja auch wirklich so, es hat damals tatsächlich, hat uns wirklich geprägt. Sonst hätten wir diesen Mist mit dem Zuckerei ja nicht, äh, ausprobiert. Also, das ist ja, ist ja ganz klar. Ich, ach, ich glaube, ich muss mir am Wochenende mal wieder Werner Beinhardt angucken. Kriege ich gerade irgendwie Bock drauf. Habe ich, habe ich mal wieder Lust drauf. Wie sieht es denn mit euch da draußen aus? Ähm, habt ihr, also, ich meine, äh, eigentlich ist die Frage ja irgendwie voll Banane, aber habt ihr jemals, äh, Werner Beinhardt gesehen? Äh, wann habt ihr denn das erste Mal gesehen? Was verbindet ihr mit diesem, äh, Film? Also, äh, ich könnte jetzt natürlich fragen, was verbindet ihr mit dem Werner Franchise, äh, allgemein? Aber ich möchte halt einfach mal auf, äh, Werner Beinhardt so, so richtig eingehen. Und deswegen halt einfach die Frage, was verbindet ihr persönlich mit Werner Beinhardt? Knallt es mir mal unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen austauschen. Ich würde mich echt freuen, wenn, wenn wir da ein bisschen irgendwie was zusammenkriegen. Und ich bin auch super gespannt auf eure Meinung und, äh, auf, auf eure Verbundenheit zu Werner. Weil irgendwie ist es ja, das ist irgendwie einfach, gehörte das dazu und das muss man einfach gesehen haben. Und Werner ist halt einfach cool. So, äh, das sollte hier keine Werbeveranstaltung gewesen sein. Ich sag einfach so, wie es ist. Ich feier Werner einfach total. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Wenn ihr dieses Video hier feiert, dann lasst mir doch einfach gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr sagt, hm, das war es schon irgendwie, ist ja ziemlich schnell rumgegangen, guckt gerne mal hier unten. Da gibt es meine letzten beiden aktuellen Videos. Würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da vielleicht auch nochmal reinguckt. Und richtig freuen würde ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Das wäre richtig, richtig cool. Macht's gut, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Bernie. Tschüss.